Der Thorsten ist der Leiter der Streaming-Technik. Der baut hier diese ganzen Veranstaltungen auch heute wieder. Mr. Digital Working Thorsten Jekyll. Du bist ja hier der Kapitän von diesem großen Tanker. Und ich kenne niemanden, der bereit ist, sich selber so zu schulen, zu trainieren und immer weiter zu machen. Und ich möchte dir einfach danken, weil wenn du nicht so neugierig wärst, hätten wir hier nicht immer das neueste Zeug. Das Ganze live vor Ort im Klinikum, das Ganze gestreamt, hinterher zur Aufzeichnung dort und auch in der Dialog mit Podiumsdiskussion. Es gibt eben alle Spielmöglichkeiten, dass wir sagen, wir haben ein reines Online-Format, wir sind vor Ort, wir können Expertinnen dazuschalten. Da hast du echt einen Jumbo-Jet geflogen, Thorsten. Hat mir drei Bühnen parallel und haben insgesamt, glaube ich, 48 Studios in Deutschland zusammengeschaltet. Die minimal mögliche Technik ist immer das, was ich idealerweise empfehle. Also, dass man immer sagt, so einfach wie möglich, um die Komplexität zu reduzieren und dann immer das für das Event Passendste einfach zu haben. Ich glaube, die Zukunft ist hybrid. aktuell sind die wenigen Shines und Zahlen nach Bühnen Super AMO cover. Die wollten nicht nachdem, das jedes Mal eingehe wurde, bitte. Und jetzt kommen reing an die Welt.